So Freunde, was geht's? Skywalk am Start, wir können uns den nächsten und heutigen 8.55 täglichen FIFA Moba-Völkern mit den Freunden. Als erdererstes will ich auf jeden Fall noch mal mitteilen oder loswerden, ihr seid absolut heftig. Danke für euren krassen, heftigen Support, wir haben einfach aufs letzte Video 140 Likes hinbekommen. Ihr seid krank, ihr seid einfach mega krank, Leute, hier, hier, das geht für euch raus. Auf jeden Fall wollte ich heute mit euch die Dahl auf 100 bekommen und dann wollte ich euch auf jeden Fall noch mal zeigen, dass es ein 98er Spieler einfach für 5 Millionen auf dem Markt zu kaufen gibt, Leute. Bevor wir das machen, ihr wisst, Grüß runter als erstes, Leute, auch beim Grüßen, die Kommentare, ich komme gar nicht mehr hinterher, meine lieben Freunde, so sieht es nämlich aus. Ich versuche auf jeden Fall schon, ja wie soll ich sagen, ich fange an mit einer Liste zu machen, mit den Leuten, die ich schon gegrüßt habe, meine lieben Freunde, und die werde ich auf jeden Fall abhaken, so dass die auf jeden Fall dann nicht gleich am nächsten Tag wieder gegrüßt werden. Natürlich kann es sein, dass nach einem coolen Text, zum Beispiel, keine Ahnung, nach einem coolen Text kann es dann natürlich sein, dass ihr auch wieder gegrüßt werdet am nächsten Tag. Kann natürlich sein. Ich habe zum Beispiel wieder letztens irgendwelche coole Texte gelesen, mit Skyburger oder irgendwas, sowas kann auf jeden Fall auch mit reinkommen, oder halt Fragen, ihr könnt auch Fragen stellen, somit könnt ihr auch wieder ins Video gelangen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, ich fange an mit dem ersten Grüßer, mit dem ersten Schreiberling, auf jeden Fall hier der Philipp Schmidt, meine lieben Freunde. Ich küsse deine Augen, danke PS, grüß mich bitte. Das ist von dem Video, ähm, so führst du die Zweikämpfe aus, meine lieben Freunde. Zweikämpfe genau, mit Gegner auf Trätschen und so weiter und so fort, das kennt ihr ja. Wie beginnt es heute mit Deutschland heute hier? Deutschland. Gut meine Freunde, der nächste ist hier der Max07, danke für die Hilfe, kannst du mich grüßen, sei gegrüßt, Max07. Gut Leute, der nächste ist hier der, 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 der Foxy Games Ballstars, Abo von Ballstars, wird es auf jeden Fall auch wieder ein paar Videos dazu geben, meine Freunde. Genau, kannst du mich bitte grüßen, PS, bester FIFA Mobile YouTuber nach, Dennis. Gut Leute, danke für den Kommentar und der letzte für heute ist hier der Kepa SNTS Play it. Freust du dich schon auf das Tracer Hunt Event? Keine Ahnung, was du damit meint. Soll es ein Tracer Hunt Event kommen? Also wenn es kommt, dann werde ich auf jeden Fall suchen. Und kannst du mich bitte grüßen, sei gegrüßt, Play it. Also Kepa SNTS Play it. Mein. Gut, auf jeden Fall habe ich gerade noch gelesen, ähm, über den Kommentar. 2K. 2000. Hast du nicht geschrieben? Ich muss noch mal kurz gucken, Leute. Ich muss noch mal kurz gucken, meine lieben Freunde. Ähm. Achso, du schaffst noch 2000K. 2000K? Ja, meint 2000 Abonnenten. Na mal hier, Freunde. Auf jeden Fall gibt es ein dickes Gewinnspiel. Kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal preisgeben, Leute. Für 2000 Abos werde ich ein Gewinnspiel raushauen. Ihr könnt natürlich teilnehmen. Es wird mir ein besonderes zu verlosen geben. Keine Karten oder sonst irgendwas, sondern was ganz ganz Neues. Seid auf jeden Fall da gespannt, meine Freunde. Ich würde sagen, wir fangen endlich an mit FIFA Mobile. Na nicht ganz rumgelabert, würde ich sagen, FIFA Mobile am Start. Ähm. Wie ihr sehen könnt, ich habe ein 127er Team mit Coutinho und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier Savanir. Und Leute, guckt einfach auf den Markt, Leute. Guckt auf den Markt, Savanir. Savanir, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Savanir, Savanir, Savanir. 98er. Ähm. Viele wissen das bestimmt schon. Viele wissen das. 98er hat der Kollege. Und Leute, der kostet einfach mal 5 Millionen auf dem Markt. Also ich habe 5 Millionen gekauft, meine Freunde. Hier 5,4. Das ist ein Schnäppchen. Sogar mit meinen restlichen Coins könnte ich den jetzt sogar noch kaufen, meine Freunde. 5,3k. Auf jeden Fall 5,9. 5,4. Leute, ich habe sogar... Bubble. Ich habe sogar einen schon für 4,9 gesehen, Leute. 5,4. 6,8. Ja, Leute. Also wie gesagt, 5k. Kann der rausgehen oder geht der raus? Der Savanir, Leute. 5,4. Also ich könnte ihn auch holen. Ich könnte ihn auf den Markt eingeben. 5,3 Millionen. Und dann würde der auch kommen, meine Freunde. Also absolut hässlich bei den Freunden. Und ich würde sagen, wir machen Zidane heute auf 100. Wir tun ihn heute auf die 100 transferieren, meine Freunde. Boom. Auf die 100. Von 99 auf 100, Leute. Boom. Das werden wir jetzt machen mit Hülern, der uns super weitergeholfen hat bei der Challenge letztens. Kappa. So. 1,3 Millionen am Start, meine Freunde. Damit habe ich bloß noch 4... Ne, 3,9 Millionen am Start, Leute. Und Zidane auf 100. Ich habe oft gelesen, dass Zidane... Ja, moin. Hehehe. Back to the Stream Highlights. Das bin übrigens ich, Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme hier nicht auf, oder was? Wollte ich gerade gerade sagen. Ähm. Back to the Stream Highlights ist auf jeden Fall von mir gesteuert. Genau, meine Freunde. So, die Zidane auf 100. Absolut. Geil. Matiko. Üffiges, Leute. Guckt euch die Vortestpunkte an. Guckt euch die Vortestpunkte an, meine Freunde. 285 am Start. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch wenige bis zu 128, wollte ich damit sagen, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier, äh, wir Gain Ends Tots. Morgen, Leute, gibt's auf jeden Fall ein schönes Tots SVC, meine Freunde. Ähm. Ich will kurz gucken, wie viel Ränge ich ungefähr habe. So. Mal kurz gucken, meine Freunde, bei Ränge, Rangaufstieg. Also, ich könnte auf jeden Fall jetzt einen Davies oder einen Hinterecker jetzt reinstellen. Aber ich bräuchte halt die dazugehörigen Splitter. Guckt, meine Freunde, wir fangen an in Bundesliga Tots. Ich habe vor uns auf jeden Fall gespielt, meine Freunde. Genau so. Wöchentliche Team Energie werden wir uns auf jeden Fall gleich mal abholen. Für 125.000 Gold, meine Freunde. Gut. Auf jeden Fall würde ich euch noch mal kurz zeigen, wie weit ich bin bei Road to Werner. Ich werde, wie gesagt, Werner 101 haben, äh, 100 haben. Ich habe jetzt hier 436 Punkte am Start. Ich brauche noch 2000 bis zum nächsten. Genau. Ich habe auf jeden Fall auch letztens gelesen, dass ich Werner und Hummels schaffen könnte. Da bräuchte ich mir nämlich Hummels nicht auf dem Markt kaufen. Das wäre ja richtig geil. Da würde ich nämlich Nacho Fernandes in Kanavao rein trainieren. Genau. Guckt, meine Freunde, wir machen jetzt einfach mal hier Tots. Wir machen jetzt einfach mal hier Skillspiele. Na, meine Freunde. Ich habe übrigens auch letztens gelesen, warum sagst du immer bei den Freunden? Das sage ich halt immer. Das ist halt... Ja, wie soll ich das sagen? Wie meine Cap. Wie meine Cap, ein Markenzeichen, meine lieben Freunde. Gut. Genau. Mal kurz bei Tots SPC gucken, was ich da alles brauche. So, Leute. Wir machen weiter. Oder kurz gucken, Leute. Bei Tots SPC kurz gucken. Da brauche ich auf jeden Fall 5,86 Spielspieler. Und zwei Tots. Müsst ihr eigentlich schaffen, meine Freunde. Genau. Ich will noch mal kurz auf mein Team eingehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein 120er Team. Werner wird auf jeden Fall vorne ersetzt. Für Werner. Für ein 100er Werner. So. Best wird wahrscheinlich immer drin bleiben, meine Freunde. Continuum wahrscheinlich auch, weil der lässt sich so geil spielen. Ach ja, letztens wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Ich habe auch gestern in den Kommentaren gelesen. Du wechselst jeden Tag einen Torhüter. Tee. Das wird auf jeden Fall jetzt vorbei sein. Ich werde auch Alisson lange in meinem Team behalten, meine Freunde. Weil, Leute, ich habe die Rea geholt wegen der Größe. Aber kurz darauf, paar Tage danach, hat natürlich EA wieder ein Update gemacht. Ein, ähm, ja, wo auch solche kleinen Torhüter wie Sommer 98 alles halten, wie in der Rea 94. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, einen besseren Torhüter mit zu holen, meine Freunde. So. Savanir. Mal gucken, ob er lange bleibt. Zidane wird für immer bleiben. Rolet wird für immer bleiben. Otrezola. Weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich ersetzt irgendwann. Mal gucken. So. Canavaro wird für Nacho Fernandes eingesetzt werden. Und für Nacho Fernandes wird auf jeden Fall Hummels reinkommen. Das sind auf jeden Fall Pläne für die Zukunft, meine Freunde. Ich bin raus und sage bis morgen. Natürlich Like und Abo da lassen. Wisst ihr natürlich für alle, die neu sind. Abo da lassen. Wenn ihr mich supporten wollt, wenn dir meine Videos gefallen, natürlich auch in den Kommentar schreiben. Mein Satz, Leute. Mein persönlicher Satz. Wisst ihr es schon? Wisst ihr es im Kopf? Wisst ihr es im Kopf? Jeder Kommentar ist gold erwähnt. Ich würde sagen, wir sind uns auf jeden Fall morgen 18.55 einschalten. Tot es bis jetzt bin raus. Bis morgen. Steilwalker. Auf Wiedersehen. Du bist jetzt voll grew.